hallo und herzlich willkommen zu einem neuen teil von die legende des trikaros es ist wieder soweit ja wir sind jetzt mittlerweile level 70 man sieht hier so im hintergrund paar aufnahmen von der st3 farmaktion von den monster triokarten ja wir sind level 70 haben mittlerweile aura auf g das ist auch aktuell auf g3 das heißt ja es hat ein paar seelensteine gedauert bis überhaupt mal g2 war wenn ich ja so schlecht war das nie ich habe acht seelensteine auf g2 gebraucht ja aber es ist mittlerweile g3 die biologen quest schreitet voran das heißt wir haben jetzt level 70 erreicht beziehungsweise jetzt schon level 71 das sind noch die aufnahmen vom livestream wo wir level 70 erreicht haben beziehungsweise die monster trio karten gefahren haben weil ich habe dann jetzt immer gespendet und gespendet das ja nicht level 71 wert weil sonst hätte ich weniger getroppt und das wäre natürlich schlecht gewesen so das heißt wir haben das ziel schon mal erreicht mit aura jetzt endlich mal dass es gehe ist jetzt guckt man dass es so schnell wie möglich auf p geht das nur halt mehr der menschmann was sie aber auch vor habe ich werde mir noch parallel dann nächsten sd3 fahren hochziehen weil das hat mich so inspiriert diese karten und deshalb drop dass sie einfach gesagt habe ich brauche einen weiteren sd3 fahren ohne geht nicht da tricke jetzt natürlich über diese level bereiche finster 65 mehr sollte er glaubt nicht drüber sein da da jetzt schon drüber ist müssen wir natürlich weiter leveln das heißt wir werden auf 75 ziehen und dann kommt der traum vom gift schwert ja ich bin gespannt wir brauchen es natürlich nur schwarzstahl dann will ich mir noch für lieben die helfen halt in manchen situationen durchaus dann brauchen wir blitz equipments sollte auch blitz im schwarzstahl sein ja und das wäre jetzt so die nächsten das nächste ding wo man sich besorgen muss jetzt haben wir natürlich jan habe ich vom antiken rubin den ich verkauft habe und ein paar einzelne sachen so smarakt ist super ausgegangen für 25 bis 30 kk kann man verkaufen ja hier sieht man jetzt wie ich auf aura g denn gekommen bin weil ich habe ja hier aus der 70er lehrlingskiste fünf mal exo fünf mal konzi fünf mal switcher fünf mal bonierer bekommen und ein sohn ja mega doppeltrop sinne ich ihn immer und daher einfach gesagt ach komm jetzt machen wir das ding jetzt endlich auf g ich habe jetzt keine lust mehr abzugeben und habe dann einfach gesagt ich nutze einfach die exos und konzise aus der truhe und haut das ding einfach auf g und dann ist die sache dann auch gegessen und jetzt mit augen habe ich natürlich auch viel viel mehr angriffswert wieder und das hat sich auf jeden fall gelohnt und ich bin glücklich dass es jetzt endlich die ist ja genau dann haben wir schon angefangen seelen steine zu lesen aber wie gesagt beim achten seelen stein schon auf g2 ist schon sehr kritisch geworden ein bisschen probiert vielleicht ja vielleicht klappt ja auch ein drachen stein stein oder so aber wir sehen könnt das hat sehr sehr gut funktioniert und hat natürlich nicht wirklich zum heftigen erfolg geführt ein paar sachen sind schon hochgegangen so aber halt nicht viel jade ist wenigstens auf a gegangen ich habe es jetzt auch nicht aktiv mehr gemacht raffen stein muss ich mal wieder jetzt ranflotzen da habe ich gesagt okay eis tage wenn ich spiele ein sexe machen will dann brauche ich den so oder so oder wenn irgendwann mal der marie kommt dann fange ich den einfach an zu tunieren wo soll ich sie auch sonst draufhauen es gibt aktuell nichts gift die werde ich niemals wünschen das ist ein ganz arger tipp von mir von an euch switch niemals die es ist einfach nicht es ist so grässlich ja sehens kugeln hat es natürlich auch ordentlich geschluckt aber zauber fünf von ihr das brauche mal den zweiten eistal hier auf plus 1 ab und dann ist er auch fertig so dann habe ich mir einen schwarz steil hier gekauft in diesem scheiß da für vier wurden war jetzt nicht wirklich das schnäppchen eigentlich vielleicht hätte man drei wurden machen sollen aber ich wollte halt unbedingt zwitschen und habe dann halt dementsprechend einfach probiert okay vielleicht geht ja da was und habe dann so meine sitze drauf gezogen erster boni 10 wind 6 feuer hätte ja auch einfach mal 15 15 feuer 15 blitz sein können 10 tp absort oder hätte es ja sein können aber nein wollte es nicht dann 30 aw aw ist auch nicht schlecht aber ja tp absort ist schon finde ich ein bisschen wichtig aber gerade jetzt weil ich in die grotte geblitzwiderstand oder wenn ich jetzt hoch will feuerwiderstand also in dt hoch dann ist feuer und magie natürlich top oder später für den melee ist feuer magie auch top oder für den raso durch feuer magie auch top klar ist da auch tp absort gut hat alles nicht funktioniert dann für 15 kaka habe ich so das wird schon gekauft und habe gehofft dass irgendwie noch was reinkommt weil es haben wir ja die rüste schon gekauft und so weiter und wollte dann halt unbedingt dass da was reinkommt das habe ich immer ganz langsam gesagt und und fällt ja ein ktp das ist halt der rest ist auch schrott gewesen dann halt immer wieder geschrieben ja nächster boni 15 kaka reingehandelt und dann ging das schon recht gut wenn ihr natürlich sowas machen wollt dass sie jemandem neue equipment oder so gibt dann macht ein pfand ja ein pfand des gleichwertiges dann erst zwitschen lassen weil ist klar sonst ist euer equip weg wenn er das irgendeinem wildfremden zu handelt ja wenn er pfand hat oder so dann ist meistens halb so wild ja wenn es dann doch weg ist und es war nicht so wichtig dann habt ihr das pfand das gleichwertiges ja oder ihr macht einen pfandhandel über einen mittelsman ja wer mittelsman braucht ich stelle mich da immer gern zur verfügung ja die bonis könnt ihr ja sehen ich war tief unglücklich erstens hat mich das eine menge yang gekostet eine menge stress beziehungsweise ja enttäuschung ja weil halt ständig jörg weggehe und so weiter und es kam einfach nichts gutes drauf ja das war ich glaube es war einfach eine fehlentscheidung obwohl es war halt diesmal vielleicht einfach mal ein bisschen pech ja trikaos darf halt auch mal pech haben bei der quote beim dragenstein umwandeln darf auch dieser char einmal im leben pech haben solange der exorubin mit perfekt werten passt bin ich zufrieden ja und okay das kann man mal wenigstens drauf lassen vielleicht kann man ihn dann ja weiter verkaufen und ich kaufe mir dann einfach besseren ja vielleicht ein bisschen besser ich hätte gern blitz drauf gehabt weil deshalb für die grotte halt gut gewesen wäre und das war jetzt halt leider nicht drauf blitz oder tp absorb max oder so ein bisschen was davon 5 tp absorb hat vielleicht schon gereicht okay dann habe ich aber gesagt ja jetzt gucken wir einfach täglich was sagt so der markt und so weiter und dann habe ich einfach gesagt okay suchen wir uns einen neuen schwarzstahl und wir haben tatsächlich einen gefunden der ein bisschen besser ist und ein bisschen besser passt dementsprechend habe ich dann meinen alten schwarzstahl also den jetzt hier für 5 won verkauft und ja habe mir dann gesagt okay dann kaufen wir diesen hier weil der hat 15 feuer 10 blitz ein bisschen tp absorb klar ist nicht viel und 15 tp und der gefällt mir durchaus besser dann haben wir hier noch vip boxen aufgemacht weil das nächste ziel ist jetzt natürlich das gift schwert ja weil ich wenn ich 75 wert dann möchte ich das gift hier haben ja ich habe es immer so gemacht wenn ich vip boxe aufgemacht habe habe ich einfach je eine box dann davon geöffnet weil es mich doch ein bisschen gekitzelt hat was drin ist ja und ihr könnt jetzt sehen was das hier jetzt ist wir haben aktuell jetzt 40 tun nächste waren 43 und 46 so leute wir sind jetzt noch beim auflösen der letzten verlosung von zwei weppen boxen und diesmal ist ein bisschen schief gelaufen glaube ich bei den meisten weil wir hatten im letzten video drei buchstaben versteckt die solltet ihr finden und ein wort finden ja in dem wort sollte dann sollten dann die drei buchstaben vorhanden sein zwar einmal das a das b das e das heißt drei buchstaben die müssen im wort drin sein und das haben wirklich nicht viele gemacht daher wir können heute echt nur fair sein und gucken wer hat es gemacht wer hat hashtag geschrieben und hat richtig kapiert das spiel ja wir werden jetzt einfach ein ziehen affen dort da haben wir das a drin das e aber es fehlt nun mal das b daher können wir ihn nicht nehmen wort bären sehtau b ist drin ist drin a ist drin ja der hubert röhm hat somit gewonnen zwei welpen boxen kannst du auf panora abholen bitte ich unter deinem kommentar dein ingame namen schreiben und dann kannst du die ganz einfach abholen so dat wärs für das heutige video ich hoffe dass euch gefallen hat ich hoffe dass euch gefällt auch dass triceros mehr kommt und dass wir wirklich mal ein bisschen wieder gas gegeben haben und dann würde ich sagen lassen aber da ein like und bis zum nächsten video tschüss